Musik Unser Highlight auf KTV ab dem 13. März Heilige Anna Schäffer von Mindelstetten, Sühne Ein Vortrag von Johann Bauer, Pfarrer in Mindelstetten Das Leben der Heiligen Anna Schäffer war von schweren, langen Leiden geprägt. Schon am Tag ihrer Erstkommunion bot sie sich dem Herrn als Sühneopfer an. Nach ihrem Unfall war klar, dass sie nie mehr gesund wird. Sie nahm ihr Leiden an und trug es sühnend. Unsere Sendetermine am Samstag, den 13. März um 11 Uhr Am Sonntag, den 14. März um 22.30 Uhr Am Montag, den 15. März um 10 Uhr Am Dienstag, den 16. März um 13 Uhr Und am Mittwoch, den 17. März um 17 Uhr Schalten Sie ein! Wir freuen uns auf Sie! Am Dienstag UNWas Am Dienstag, den 15. März um 20. März um 17. März um 17 Uhr